ja leute herzlich willkommen bei einem neuen video von mir und zwar hat er dieses jahr wieder der discounter lidl pyro youtuber eingeladen und ja um die neuheiten 2020 unter anderem zu bestaunen und ja ihr seht hinter mir ich bin hab fang direkt mal im showroom an und ja ihr seht jede menge feuerwerk lagert hier auch viele neuheiten von diesem jahr aber das werdet ihr jetzt später in diesem video auch noch erfahren auch noch die produktion von raketen und ja der allgemeine ablauf halte hier so in diesem weg und nicht zu vergessen der verkaufsstart der feuerwerkskörper ist dieses jahr am 28 12 2019 ist also der verkaufsstart von feuerwerkskörper in deutschland und vor allem hier feuerwerksstart bei dem discounter lidl da könnt ihr also die produkte schon erwerben in dem weiteren video werde ich euch natürlich auch noch ein paar neuheiten präsentieren aber hier schon mal eine neuheit das ist das rocket clash raketen sortiment und zwar das besondere hier dran sind die kugelbomben raketen vier kugelbomben raketen unterschiedlichen farben und formen ja auch smiley raketen sind da dabei ja leute ich möchte euch einfach mal mitnehmen einen kleinen rundgang durch die weko durch den weko showroom und zwar ist das ein raum wo die weko produkte ausgestellt sind die ganz allein der discounter lidl vertreibt ja und da haben wir schon den ersten kandidaten die erste batterie die mir wirklich sehr sehr gut gefallen hat eine neuheit 2019 die 13 schuss batterie stormy flash eine wirbel batterie das video gibt es gleich im anschluss ja und wie soll es sein eine weitere neuheit steht direkt daneben die pretty heaven eine super schöne auch eine 13 schuss batterie diesmal in gold gehalten wirklich eine richtig tolles gerät und kann ich euch auch nur empfehlen video gibt es jetzt wieder gleich im anschluss video gibt es jetzt wieder Na, habe ich euch schon den Mund wässrig gemacht, aber wartet ab, Verkauf ab Samstag, den 28.12.2019, da könnt ihr richtig eskalieren und richtig, richtig fett einkaufen. Selbstverständlich in diesem Jahr auch wieder dabei, der Einhorn-Pups-Vulkan, das ist der Silber-Vulkan mit pinken Sternen. Eine Neuheit gibt es in diesem Jahr, also eine Neuerung besser gesagt. Und zwar, ihr seht ja dieses Lidl-Prospekt und da könnt ihr euch Verbünde, diese großen Verbünde, die ihr auf dem Prospekt seht, online reservieren und abholen. Also das geht halt wirklich nur online bei diesen bestimmten Produkten, die ihr hier seht. Also online unter lidl.de slash Feuerwerk registrieren und die gewünschte Batterie und Anzahl angeben und dann einfach in der jeweiligen Filiale abholen. So, jetzt ist es leicht, dass die ganzen hier durchklagen, weil wir diesen Gerät nicht so haben. Also wir müssen uns mal vergleichen. Okay, das ist gut. 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 Ach, ne, das ist jetzt der Sicherheitsabstand, den wir auch natürlich einzuheißen müssen. Zulaufgrund. Ich habe mir noch mal die Hand wiederholen. Wie ihr an der Überschrift schon lesen könnt, ja, wir sind jetzt direkt im Werk angekommen in der Produktion. Teilthema ist Produktion der Veko-Raketen und da werde ich euch einzelne Schritte, nicht unbedingt alle Schritte, aber ein paar Schritte werde ich euch auf jeden Fall jetzt im Video zeigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In dem folgenden Arbeitsschritt seht ihr, wie die Raketenkappen auf die Hülsen gesteckt werden. Natürlich geschieht dies alles wieder vollautomatisch. Am Ende kommt natürlich die fertige Rakete aus der Maschine. So wie jeder die Rakete normalerweise kennt, mit Raketenstab. Das ist dieser sogenannte Leitstab. Ohne diesen würde die Rakete überhaupt nicht abheben und auch nicht richtig fliegen. I wish that you were here to give me everything I want But I know that life's unfair and we can always have it all Oh, oh, I wish that you were near Oh, oh, I wish that you were near Oh, 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 oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020